Geschirrspül-Tabs werden heute von drei Vierteln aller Haushalte gekauft. Längst auf dem Vormarsch Multifunktionstabs, die nicht nur reinigen, sondern auch klar spülen und trocknen. Das fanden die Tester in aufwändigen Laboruntersuchungen heraus. Insgesamt 27 Geschirrspül-Tabs wurden an mehr als 15.000 Gläsern, Tassen, Tellern und Besteckteilen geprüft und bewertet. Unter ziemlich harten Bedingungen. Das Ergebnis. Von den 20 Multifunktionstabs haben 12 gut abgeschnitten, 6 befriedigend und 2 ausreichend. Von den 7 Solo-Tabs waren 3 gut, 3 befriedigend und einer war ausreichend. Knapper Sieger Somat 9, jedoch dicht gefolgt von den gleichen Produkten Akuta Komplett und Alio Komplett sowie W5 All-in-Eins. Aber Somat ist mit 23 Cent pro Tab ausgesprochen teuer. Es gibt deutlich günstigere, kaum schlechtere Alternativen von Discountern und zwar allen voran von Aldi und von Lidl. Im Test mussten es die Tabs gegen verklebte und verbackene Speisereste und Flüssigkeiten aufnehmen. Hackfleisch, Eigelb, Milch und Tee. Im Labor wurde alles untersucht, was auch zu Hause für Kummer sorgt. Dabei wurden Spülkraft, Klarspülung, Trocknung und Materialschonung unter die Lupe genommen. Alle Untersuchungen wurden im 50 und 40 Grad Programm sowie mit verschiedenen Wasserhärten durchgeführt. Größere Unterschiede gab es beim Klarspülen. Hier mussten die Tester dreimal ein Ausreichend vergeben. Auch beim Trocknen waren die Ergebnisse nicht immer gut. 8 von 20 Multifunktionstabs bekamen nur ein Ausreichend. Nur ein ausreichendes Gesamturteil bekamen die Multifunktionstabs Bradol von Norma und Quality von Real. Der schlechteste Solotab kam von Elika und zeigte die schwächste Reinigungsleistung im Test. Es lohnt sich heutzutage kaum noch Solotabs zu verwenden. Erstens, weil sie in der Reinigungsleistung doch schlechter geworden sind als die Multitabs und sie kosten auch nicht unbedingt weniger. Das billigste Gute ist für 5 Cent zu haben. Rechnet man noch ein bis anderthalb Cent für Klarspüle und Salz dazu, ist man schon fast bei den 7 Cent, die man für ein gutes Multitab bezahlt. Ausführliche Informationen zum Test gibt es in der März-Ausgabe von TEST oder im Internet unter www.test.de